Lars fragt, wie zapfe ich ein perfektes Bier? Ich bin Thomas und das ist eine Minute Bier. Für ein perfekt gezapftes Bier benötige ich ein sauberes und fettfreies Glas, was ich mit klarem Wasser ausgespült habe. Ich halte das Glas unter den Zapfhahn, den ich jetzt ganz öffne. Ich lasse das Bier an der Wandung entlang fließen, darum halte ich das Glas auch schräg, damit ich hier keinen kohlensäure Verlust beim Zapfen habe. Ich achte beim ersten Zapfen darauf, dass das Glas in etwa zur Hälfte mit Bier, zur Hälfte mit Schaum gefüllt ist. Jetzt brauche ich etwas Geduld. Ich lasse dem Schaum Zeit, dass er sich absetzen kann. Erst durch das Absetzen gewinnt er die nötige Stabilität, die ich später für eine stabile Schaumkrone benötige. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Jetzt zapfe ich einfach noch ein-, zweimal nach. Einmal und zweimal. Jetzt erhalte ich eine richtig schöne, stabile Schaumkrone. Das war eine Minute zu Bier. Ich bin Distelhäuser.